Hallo zu einer weiteren Folge des Wochen Updates und wir starten diesmal mit etwas Erfreulichen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es wieder so eine Art Charity Event, das diesmal aber von Blizzard anders gelöst wurde. Ihr kennt es vielleicht, dass es immer wieder jedes Jahr so ist, dass man ein Pad im Shop kaufen kann, im Blizzard-Shop und der Erlös, der da rauskommt, wird an soziale Zwecke gespendet. Diesmal hat das Blizzard anders gemacht und wir schauen mal kurz rein und hat eine Donation-Seite eingerichtet, wo die Leute Geld spenden können und wenn gewisse Spendenziele erreicht werden, dann kriegt die ganze WoW-Community sozusagen diese Pads. Ich werde den Link, wo man spenden kann, natürlich in die Videobeschreibung hineinpacken. Wenn da jemand das noch machen will. Und zwar ist das so gedacht diesmal, sie haben sich zwei Spendenziele gesetzt. Am 500.000 Dollar einmal eine Million Dollar. Was kriegt man dabei? Wenn die 500.000 geknackt werden, dann kriegt man das Haus der Bananas. Jetzt auch schon ein bisschen was Voraussicht, ein Gold-Tipp, dem man aufpassen sollte. Bananas ist das TCG-Pad, was man damals aus dem Kartenspiel bekommen hat. Man kann das Pet immer noch im Schwarzmarkt-Auktionshaus kriegen und sonst wie gesagt nur über TCG-Card. Jetzt sind die hergegangen und haben gedacht, haben so eingebaut, ab 500.000 Dollar kriegt jeder Spieler dieses Pet. Ich zeige euch dann jetzt gleich im Anschluss, wo ihr dieses Pet holen könnt, denn es ist schon freigeschalten. Sollte die Million geknackt werden, dann gibt es dieses zweite Haustier und zwar Daisy, ein Faultier. Das hat es noch nicht im Spiel gegeben. Also das ist auf jeden Fall ein neues Pet. Ihr könnt auch da nach unten scrollen, da sind die Informationen dabei, wo das Ganze geplant ist, dass es hingeht, für welche Zwecke das verwendet werden soll, auch schon wie viele Leute schon gespendet haben. Da gibt es auch Teams sozusagen, die sich zusammengesetzt haben, für die Sachen zu spenden, für die Leute, die da noch was machen wollen. Ich zeige euch jetzt, wo man dieses Pet kriegt und zwar ganz einfach. Ihr macht den Battle.net-Shop auf. Ihr geht oben auf Shop. Dann kommen dort oben diese Banner, diese Werbe-Banner. Blickt durch, bis ihr bei diesem Banner seid und jetzt auf Einlösen klickt. Jetzt, ich habe den schon bekommen. Jetzt braucht ihr nur noch auf Kostenlos Freischalten klickt. Ihr klickt das Ganze an und dann am besten einmal euer WoW neu starten. Und dann ist in eurem Inventar, wir machen das auch mal da, in eurem Inventar, sollte dann, wenn ihr auf Wildtierführer geht und Bild da mal nicht gesammelt raus, ist dieses Pet drinnen und zwar Bananas. Das ist nicht als Geschenk oder so irgendwo aufgetaucht, sondern ist direkt in eurer Sammlung. Jetzt, worauf müssen wir aufpassen? Jeder Spieler, der das bis August, glaube ich, geht die Aktion, jeder Spieler, der das bis August nutzt und das einlöst, kriegt dieses Pet. Das war vorher gerne mal über 200.000 Gold wert, dadurch, dass es jetzt jeder Spieler gratis kriegt. Also ihr müsst nicht, vielleicht habe ich das vorher nicht erklärt, ihr müsst kein Geld spenden für diese Aktion, denn diesmal ist es ein Gemeinschaftsprojekt. Ihr kriegt das Pet auch, wenn ihr nichts dafür gezahlt habt. Ihr könnt natürlich gerne, müsst aber nicht und kriegt das Pet. Wenn die Million geknackt wird, dann kriegt ihr so wie Bananas auch dieses Fault ins Inventar. Zum Bananas zurück. Vorsicht, für Leute, die Sniper oder so laufen haben für TCG-Sachen. Es könnte sein, dass der jetzt in den nächsten Wochen extrem nach unten fällt und vom Preis dann nicht mehr so viel wert sein wird. Die Frage ist, die Aktion geht bis, glaube ich, bis August, September, August. Sowas, was ich zumindest gehört habe. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Die Frage ist, geht man dann irgendwann mal her an den Punkt und sagt, ich kaufe jetzt alle auf, wenn sie ziemlich weit unten sind und warte in zwei, drei Jahren, wenn plötzlich wieder die Nachfrage oder wenn das wieder steigt, weil niemand kriegt es nach dieser Zeit. Alle, die das jetzt einlösen, kriegen es. Und ich glaube, dass es auch deutlich weniger Leute sein werden, die sich das holen, weil das Pet nicht automatisch in eurem Inventar ist, sondern nur, wenn ihr das über den Shop macht. Und das, glaube ich, wissen viele nicht, wie man überhaupt dieses Pet kriegt. Also kann sein, dass es vielleicht in drei, vier Jahren wieder preislich nach oben geht. Aber mit Vorsicht zu genießen. So viel zu diesem Pet. Dann, was war noch die Woche? Der Style-Check ist ja vorbei jetzt. Und mich würde mal interessieren, lasst mal in den Kommentaren da, habt ihr gemerkt, dass am Wochenende oder in den letzten Tagen mehr Transmog verkauft wurde als in den Wochen zuvor? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Mich würde es interessieren, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, ob für euch Transmog-technisch das Wochenende eigentlich besser war, verhältnismäßig, wie die anderen Wochen. Ob das einen Einfluss hatte, der Style-Check. Dann bei mir, wenn ihr dabei wart, Freitag, Samstag, haben wir wieder eine Farm-Challenge gehabt. Diesmal ein besonderes Event oder etwas anders gestaltet. Und zwar war meine Vorgabe am Freitag, wir farmen Erze und Kräuter in VRW. Und das Ganze ist so gegliedert, dass sich jeder seine Erweiterung aussuchen kann. Das heißt, Leute, die Shadowlands farmen, Leute, die Node-End farmen, kann man ja nicht vergleichen. Ihr wisst, ich mache Freitag, Samstag immer Platz 1, 2, 3 Challenges. Und wer Platz 1 holt, der kriegt am Ende Mounds, Pets oder Gold oder Spielzeit, je nachdem. Und dadurch, dass man ja natürlich da nicht hergehen kann, sagen, dass die Klassik-Leute werden auf jeden Fall Bergbau gewinnen, da hat man ja mit Bandaria keine Chance. Aus dem Grund habe ich das Ganze so gemacht, dass ich entschieden habe, wir machen ein Event draus, dass jede Erweiterung für sich einen Sieger hat. Und jeder Sieger hat dann auch von mir nochmal 30.000 Goldhaussiere bekommen. Und das Ganze hat dann so ausgeschaut. Ich habe leider... Moment, so hat es nicht ausgeschaut. Das war das Kirschnern. Das war die Bergbau-Kräuterkunde-Challenge. Leider habe ich keinen Screenshot von den Materialien, die gefarmt wurden. Die Leute haben vor ihren Namen die Erweiterung hingeschrieben. In dem Fall Klassik war auf Platz 1 mit Lucky, Kryze auf Platz 2 auch mit Klassik. Beide, glaube ich, waren auf Arcane-Kristalle am Weg. Also meine Meinung war auch, dass Arcane-Kristalle gewinnen wird. War auch dann in dem Fall so. Was für mich überraschend war, war aber, dass Cutter auf der 3, Notend auf der 4 gelegen ist. Also dass Cutter, Notend und Klassik so nahe beieinander liegen. Cutter war mit Elementium-Erz, Obsidium-Erz, Spirit-Erz und so weiter. Ist ganz gut abgegangen, aber auch die Kräuter. Die Kräuter haben das ordentlich nach oben gepusht. Notend ist natürlich mit Kobalt-Erz und auch verschiedene Kräuter. Man kann die Challenges leider nicht komplett eins zu eins vergleichen, was ein bisschen schwierig ist, weil nämlich auch, wie ihr das wisst, in alten Addons werden, bevor man zum Beispiel ein Sonnengras kriegt, baut man, wenn man seinen Klassik-Kräuterkunde-Charakter ausbaut oder Berg baut, dann kriegt man vorher nur Teile davon. Also man kriegt nicht sofort das Gras, sondern einen Halm sozusagen. Und die Halme werden, wenn man mal Andermine-Channel reinschaut, extrem teuer gehandelt und das pusht schon den Item-Wert. Trotzdem fand ich die Challenge eigentlich recht spannend. Vor allem wegen den Teamsiegern, wegen den Einzelnen und zu schauen, was am Ende wirklich, wer da vorne liegt. Das war zur Bergbau-Kräuterkunde-Challenge. Und am Samstag haben wir dann das Ganze dann nochmal für den Kirschner gemacht. Da hat am Ende Pandaria gewonnen, liegt aber daran, dass die Schildkrötenschuppe 670 Gold hat. Und die Pandaria-Leute haben, also eine davon zumindest, hat diese Schildkrötenschuppe gefarmt, die ordentlich den Wert gepusht hat. Auf der 2 war Raktelias mit Classic. TBC war auf der 3 mit dem Groll, äh, nenn ich das dicke Grollhoofleder, sondern die Windschuppen. Ich sag mal, beim Classic, bei Kirschnern ist es deutlich schwieriger, nochmal da wirklich einen Sieger rauszufinden, ob jetzt das die stärkste Erweiterung ist, wo man farmen kann, weil es ist halt die Frage, wie verkaufen sich Windschuppen, kriegt man die wirklich für 2.000 Gold das Stück weg. Wir haben es mal verglichen. Ihr könnt anschauen, Shadowlands, der beste Shadowlands Kirschner war in dem Fall auf Platz 13 mit 29.000 Gold. Und wir schauen kurz nach, wie viel 19, ich glaube 19, oder? Wenn ich es jetzt nicht falsch sehe, da. Mit 19 schwerer Homepark in der Stunde war Platz 1 sozusagen mit in der Shadowlands Gruppe. So oben rauf ist immer schwierig. Verkauft sich das, verkauft sich das nicht. Soviel zu den Challenges. Das gleiche machen wir noch, wenn ihr Interesse habt, diesen Freitag und zwar mit Angeln. Wir werden angeln gehen. Jede Erweiterung zählt. Es gibt wieder Gruppensieger für jede Erweiterung. Klassik, Noten, Pandaria, Cutter und so weiter. Wenn ihr da mitmachen wollt, Freitagabend, so gegen 11, 23 Uhr wird da der Start sein von der Challenge. Jeder gern eingeladen. Dann haben wir noch eine Änderung und zwar ist die gerade brandheiß reingekommen. Was mich persönlich gerade ein bisschen treffen wird, weil ihr wisst, ich verlose sehr viele Spielzeiten. Ihr kriegt bei mir im Stream immer 30 Tage Spielzeiten. Alle paar Subs und auch so random für die Challenges gibt es Spielzeiten. Blizzard hat sich jetzt einfach mal gedacht, wir machen mal was. Wir hauen einfach das Ganze raus. Und es gibt ab jetzt nur noch, ähm, es gibt Spielzeit. Warte, ich zoome mal genau auf Spiele. Es gibt nur noch 60 Tage Spielzeit. Man kann keine 30 Tage mehr verschenken, keine, keine 180 Tage, keine 90 Tage, gar nichts. Ihr könnt jetzt genau hergehen und für 29, 98, 60 Tage Spielzeit verschenken. Was mich persönlich trifft, weil, wie gesagt, ich verschenke gerne die 30 Tage, 60 Tage sind einfach schon mal, wer rechnen kann, das Doppelte. Es macht es ein bisschen schwieriger. Ich habe viel Gold, aber ich kann es nicht rauspulfern. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze mit den Gewinnspielen machen. Ich weiß aber, dass ich euch auf keinen Fall hängen lasse. Ihr wisst, ich haue jeden Monat Millionen raus und da soll es nicht an der Spielzeit scheitern. Und deswegen werden wir da auch eine Lösung finden, wie das weitergeht. Warum das Blizzard gemacht hat, gute Frage. Es war sowieso komisch, dass es 30 Tage Game Time überhaupt gegeben hat, mal eine Zeitweise. Weil, ich glaube, in den Stores kann man es ja auch nicht kaufen, bei Mediamarkt oder sonstigen. Da muss man ja auch die 60 Tage kaufen. So ist es halt jetzt gekommen. Für uns gibt es nur noch 60 Tage. Was haben wir sonst noch zu sagen für die Gewinnspiele? Noch ein Tipp. Und zwar, ein neues Gewinnspiel ist reingekommen. Wir gehen auf meine Seite. Moment. Wir gehen da wieder rein. Ah, bevor wir noch zu den Gewinnspielen gehen, wollte ich noch kurz anschneiden. Und zwar, wenn euch das schon mal aufgefallen ist, wir haben jetzt mittlerweile schon seit Mitte Februar den Punkt erreicht, wo die Materialpreise sich eingebendet haben. Also kein Abfall mehr, aber auch kein Anstieg mehr. Wenn wir da mal schauen. Schwerer Homepark war am 15. Februar 627 Gold, am 22. März 625 Gold. Schauen wir uns die Todesblüte an. 18. sogar Anfang Februar 9 Gold, Ende März auch 9 Gold. Und das geht eigentlich durch die Bank eher teilweise. Manche sind sogar am steigen wieder. Wenn wir jetzt da eher anschauen, Ruhmestieg ist eher wieder die Tendenz, dass es mehr wird. Ruhmestieg ist jetzt schon wieder bei 38 Gold. Das waren wir bei 27 Gold, 28 Gold. Also die Kräuter, Erzepreise und so weiter erholen sich leicht. Nicht auf jedem Server logischerweise. Manchmal gibt es Server, wo das nicht der Fall ist. Man sieht aber auf jeden Fall, dass wir den Tiefpunkt gefühlt erreicht haben, aktuell zumindest. Dass es schön hält, gerade das Band, wie viel man für die Items kriegt. Und dass vielleicht tendenziell bei den manchen vielleicht schon ein bisschen wieder nach oben geht. Das wollte ich noch kurz zu den Materialien sagen. Jetzt schauen wir uns noch die Gewinnspiele an. Ihr kennt es bei mir auf der Seite unter Gewinnspiel. 5 Tage noch Zeit für 90 Tage Spielzeit. Das müssen wir jetzt schauen, wie wir das machen. Weil es gibt keine 90 Tage mehr. Das heißt, wir werden das ein bisschen anders lösen. Vielleicht kriegt der Gewinner das Gold und kann sich somit ingame nach wie vor. Ingame gibt es nach wie vor die 30 Tage. Das heißt, ihr kriegt so viel Gold, dass ihr es euch die 90 Tage dann kaufen könnt. So werden wir das wahrscheinlich lösen dann. Mein Gewinnspiel. Verschiedene andere Gewinnspiele noch. Bei Magicos im WoW Market, Discourse. Und ein besonderes ist bei Icy Wains. Und zwar haben die einen 10-Jahres-Geburtstag und hauen ordentlich bei den Gewinnspielen drauf. Das ist das Gewinnspiel. Und da ist nochmal die Zusammenfassung, was ihr da so kriegt. Ein Mythisch-Wade, ein magisches Hühnerei, 500 Euro für einen Blizzard-Store und so weiter. Also verschiedene Gewinne. Es kostet nichts. Ihr könnt da einfach mitmachen. Einfach auf Follow gehen. Die verschiedenen Punkte, so wie das bei mir auf der Seite ist, ausfüllen. Und dann seid ihr schon im Gewinnspiel mit dabei. Das war es von meiner Seite schon für diese Woche, für das Wochen-Update. Wie gesagt, ihr seid gerne eingeladen, wieder dieses Wochenende für die Challenges mitzumachen. Projekte laufen ohne Ende, ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich bin ziemlich aktiv gerade, was Videos und was Updates angeht. Die Auktionshaus-Challenge ist am Laufen. Da seid ihr auch noch gerne eingeladen, wer da mitmachen will. Das Projekt Outland Folge 2 ist auch schon draußen. Auch da bin ich zufrieden, wie es läuft. Was noch war, ihr habt es schon mitbekommen, aber ich bin nicht der große Fan davon. Ich habe die DBC Beta auch bekommen. Also ich kann jetzt inzwischen Burning Crusade Beta einloggen. Ich bin da, wie gesagt, ich bin da nicht so heiß drauf. Wenn ihr aber Fragen zu Beta habt oder ob wir irgendwas testen sollen, dann schreibt mich am besten im Discord an. Und da könnte ich gerne reinschauen für euch, ob das so oder so sein sollte oder was sich vielleicht verändert hat. Aber da schauen wir dann später mal. Da wird es noch einen Überblick geben, was so geplant ist. Auf jeden Fall schon Voraussicht für euch. Die PC Seite, also die Klassik Seite, die ihr vielleicht kennt. Die Klassik.goldkoblinet wird sozusagen einen Reiter dazukriegen und zwar für DBC. Es wird keine dbc.goldkoblinet-Seite in dem Sinn geben, sondern alle Sachen, die ihr für die Klassik-Content-Seiten kennt, wird es auch da dann für PC geben. Angefangen von den Skill Guides inklusive dann in weiterer Folge Farm Guides, wo ihr in Burning Crusade, wenn die Server dann live gehen, in Ruhe farmen könnt. In diesem Sinn sage ich schon mal viel, viel Dank wieder für die ganzen Unterstützer, für die Leute, die Abos dalassen. Auch wieder an meine Supporter in Sachen YouTube-Mitgliedschaft. Auch da nochmal ein großes Danke an euch. Und ich wünsche euch wieder ein schönes Wochenende, viel Erfolg und bis zum nächsten Video.